Musik Das Album, das wir vorstellen möchten, ist die Ersteinspielung der Liebesgesänge von David Pohle nach Gedichten von Paul Flemming. Die Komposition ist 1650 entstanden und gewidmet Wilhelm, dem VI. Landgraf von Hessen-Kassel, der Pole kurz zuvor entdeckt und an den Kasseler Hof engagiert hatte. Musik Pole hat für dieses Werk Texte aus dem 5. Buch der Oden seines hochgeschätzten Dichterkollegen Paul Flemming so zusammengestellt, dass sich daraus ein zyklischer Zusammenhang ergibt. Ja, man könnte fast sagen, dass es sich dabei um eine frühe Form des Liederzyklus handelt. Musik Die wunderbar sanglichen Verse erzählen vom Schicksal ihres Dichters Paul Flemming, der sich in den 30er Jahren des 17. Jahrhunderts auf eine Gesandtschaftsreise für den holsteinischen Hof über Russland nach Persien begab. Musik Pole spannt einen großen Bogen. Sehnsucht, Erfüllung in Liebe und Treue. Die Vergänglichkeit von Schönheit und Jugend, Abschiedsschmerz, aufkommende Zweifel, Eifersucht, Trennung und schließlich, gleich einem Epilog, die gänzliche Abkehr von der Liebe. Musik Eine Begebenheit in Poles Leben ist besonders gut dokumentiert. Es handelt sich um den Aufenthalt mit der Sächsischen Reisekapelle auf Schloss Lichtenburg 1648-49. Die vokale und instrumentale Besetzung der Reisekapelle ist bis ins Detail bekannt. Unter den Musikern sind Schüler von Heinrich Schütz, darunter Korrifäen wie Adam Krieger, Matthias Weckmann oder Christoph Bernhard. Alle in der Blüte ihrer Jugend. Man kann sich vorstellen, welche ungeheure kreative Energie da vorhanden gewesen sein muss. Was wir nun gemacht haben, ist eine Art educated guess. Eine wohlbegründete Vermutung. Wie es wohl geklungen haben könnte, wäre dieser Liederzyklus dieser Reisekapelle in die Hände gefallen. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020